Für Heranwachsende ist es ganz wichtig, dabei zu sein, sich mit Freunden auszutauschen und Klassenkameraden. Ich freue mich über Likes zu meiner Insta-Story und ich bin gerne dabei, wenn wir uns Vorbilder im Netz anschauen. Wir können denen nacheifern und selbst Dinge ausprobieren mit allen Möglichkeiten des Smartphones. Perspektiven wechseln, vielleicht Musik unterlegen, dann eben halt auch Fotos posten, die sehr kreativ sind und bei denen ich möchte, dass andere sie bewerten. Für Eltern scheint das manchmal wie ein Rückzug in die digitale Welt, denn ihre Erfahrung aus der Jugend ist, dass sie sich vielleicht auf dem Dorfplatz, im Jugendzentrum oder bei jemandem zu Hause getroffen haben. Das tun Jugendliche von heute auch noch, aber sie erweitern und ergänzen ihre Welt durch den Treffpunkt Digitale Welt.